Hallo Ashen Ones, herzlich willkommen zurück hier wieder bei The Ringed City, dem DLC von Dark Souls 3. Wir sind ja in der letzten Folge hier ziemlich unrühmlich gestorben gegen diesen Mini-Boss hier hinten. Deswegen will ich das nochmal probieren und außerdem weiß ich jetzt hier, wo ich da hätte runterspringen müssen. Da oben bei dem Ledo. Na, kletter hoch. Und da will ich nämlich nochmal hingehen. Ich will zwar jetzt nicht hier jedes Pupsel-Item einsammeln, aber da findet man noch einen Ring und der könnte einigermaßen interessant sein. Und zwar, wo springt man denn hier runter? Hier irgendwo. Da oben, genau. Oh, beinahe daneben gesprungen. Jetzt weiß ich bloß nicht genau, wo der ist. Irgendwo liegt der hier. Auf irgendeinem Absatz. Da, genau. Und zwar haben wir hier Havels Ring plus 3. Also sollte ich mal eine schicke Rüstung anziehen wollen, dann wäre es sicher sinnvoll, diesen Ring anzuziehen, weil ich habe ja überhaupt keine Belastung oder bin zu schwach, um eine Rüstung zu tragen. So, jetzt gehe ich aber hier erstmal so zurück zum letzten Leuchtfeuer und dann begeben wir uns da nochmal in den See. Ich hätte ja ganz gerne die Seelen wieder zurück. Das waren ja, glaube ich, über 100.000. Gut, ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich die nicht zurückkriege, aber schade wäre es schon. Dann reichen sogar zwei, okay. Gut, dann gehe ich mal vorsichtig. Oh, hier ist auch noch einer. Nein! Oh, er wischte mich nicht. Ganz schön viele hier, die hier so aus dem See rauskommen und dann habe ich natürlich auch noch diesen Beschwörer oder Judicator oder wie auch immer der heißt. Kommst du jetzt auch hier raus? Das habe ich mir doch gedacht. Oh, und dann werfe ich da auch noch drüber. Nein! Die Kleinen laufen ja immer eher weg, als dass die was tun. Ich glaube, der beschwört dann auch wieder so... Bogen schützen, deswegen werde ich mich mal hier unsichtbar dran machen. Oh! Und der holt auch selber noch aus, wenn ich das gewusst hätte. Er hat aber jetzt hier irgendwie niemanden beschworen, oder? Ja, ihr kleinen Viecher. Ich will ja hier eigentlich nur ein bisschen looten. Und die flüstern auch immer irgendwie was. Hallo? Hallo? Ich wollte doch nur hören, was der flüstert. Oh mein Gott! Nein! Nicht so viel auf einmal, Leute! Eine kleine Seele. Nee! Nervige Schaben hier, oder was auch immer das ist. Also hier findet man so ein bisschen Seelen. Muss mal so gucken, was hier sonst noch so rumliegt. Hier kommt man irgendwie... Ach so, das ist das, was man da von da oben sieht. Ein gerades Ringritterschwert. Cool. Für den, der es tragen kann. Ich kann es sicher wieder nicht tragen. Rechter Arm des Predigers. Äh, haben wir das nicht schon mal? Das war doch so ein Bogen. Ah nee. Ach, jetzt pupst der mich hier auch noch an. Das hatte ich, glaube ich, noch nie gesehen. Was die für Moves hier drauf haben. So war jetzt hier noch was gelegen, oder? Äh, oh Gott. Gleiches Kiefernharz. Ich will doch hier eigentlich gar nichts, Leute. Guck mal, wie der da läuft. Der hat so eine ganze Schafe und so Kleinen hinter sich hier. Äh. Ihr seid nervig. So wie so eine Entenfamilie sieht das hier fast aus. Keine Ahnung, wo der jetzt hinläuft. Aber ich glaube, ich habe jetzt hier zu wenig Asche-Estus, um da hinten die Drachentöterrüstung hier nochmal anzugehen. Deswegen werde ich mich hier mal weiter durchschlagen und erst mal den Shortcut öffnen. Jede Menge Ring-Ritter hier. Ich glaube, hier gab es auch nicht so viel zu looten. Achso, ich hätte natürlich auch hier noch die Harmonie. Könnte ich ja auch mal probieren, ob die... Oh, jetzt gucken sie alle ganz betripsed hier. Und laufen weg. Ah ja. Der hat schon wieder so ein Riesenschild. Jo, das nützt dir aber nichts, das Riesenschild. Ah, gut. Au. Ja, Himmel. Bin ich wieder mit meinen Flakons hier durcheinander. Ah, der hat jetzt hier die Ring-Ritter-Rüstung getroppt. Toll. Und die Gamaschen. Schwarzhexenschleier. Äh, hatte ich da nicht das Set irgendwie? Mal gucken. Schwarzhex, ein Hut. Achso, da gibt es einen Schleier und einen Hut. Okay. Zulids Schleier. Dient ihr als Reisekleidung? Also da kann man dann hier den Hut, weil der Hut sieht doof aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm. Jetzt geht's hier irgendwie nicht weiter, oder? Ne, hier geht's nur in den Tod. Dann muss ich da oben lang laufen. Oh, ich hab nur noch zwei Asche ist, doch das könnte knapp werden. Oder ich beeile mich da oben durch. Ich glaub, bei dem... Oh Gott, wie viele sind denn das hier? Ach. Ich muss mal warten, bis der hier so ein bisschen weg ist. Ich schau jetzt nochmal, aber ich glaube, es war jetzt nur noch da direkt vor der Drachentöterrüstung Zeug rumgelegen. Aber hier jetzt eigentlich nicht, soweit ich sehe. Oh, da liegen meine Seelen. Vielleicht sollte ich da mal schnell hinlaufen und die holen. Ich lauf da jetzt mal schnell und hol mir die. Ja, oh, ich mach mich hier vom Acker. Vor allem mit zwei Asche ist los, brauche ich hier nicht mehr anfangen. Das wird sowieso noch lustig bei den nächsten Bossen dann. Also vor allem bei Media. Den habe ich ja noch nie bekämpft. Also bekämpft schon, aber noch nie besiegt. Von daher... Äh... Die laufen jetzt weg. Wie soll... Laufen die einen weg und die anderen greifen mich da an. So, jetzt will ich hier eigentlich so sneaky vorbei. So, ohne großes Aufsehen zu erregen. Laufe ich jetzt mal hier hinten rum. Aber ich glaube, hier gab es kaum noch was zum Einsammeln. Besser gesagt, fast gar nichts. Hier liegt noch was. Oh. Ein Drachen. Das wird schon der Media sein, nehme ich mal an, oder? Hallo. Zu dir komme ich auch noch. Hm. Und krieg eins auf die Mütze. So. Hier war auch nichts mehr. Gut. Dann... Gehe ich doch mal hier oben rein und schalte den Shortcut frei. Hoffe ich. Genau. So, und hier haben wir jetzt ein... Zeigt eure Menschlichkeit. Genau. Das war da irgendwie so ein... Rätsel. Und... Ich meine, da musste man dann... Musste man da geglutet sein? Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ähm... Auf jeden Fall musste man hier mal in den Sumpf. So. Und dann... Ähm... So, einen weißen Zweig benutzen. Ja. Das war es jetzt nicht. Genau. Ich meine, man musste... Menschlich... Äh... Geglutet sein. Dann probiere ich das jetzt noch mal. Ähm... Einmal Glut. Jetzt werde ich sicher wieder gleich überfallen, oder? Ähm... Also, wie man bei diesem Rätsel da selber draufkommen kann... Muss, oder? Nee? Ich muss mich da noch weiter in den... Sumpf. Ich dachte... Jetzt. Genau. So wollte ich das haben. Also, ich weiß nicht genau, ob man da geglutet sein muss oder nicht. Ähm... Auf jeden Fall muss man hier irgendwie in den See raus und dann einen weißen Zweig benutzen. Und... ...sich dann hier in so eine manifestierte Menschlichkeit verwandeln. Hier könnte ich auch noch welche beschwören. Spiele nicht offline. Das ist gefährlich hier in diesem Gebiet. Genau. Ein irrer Finstergeist ist in die Welt zurückgekehrt. Okay. Hätte mich schon einer überfallen hier. Und wenn man dann hier so als menschliches Fragment oder was auch immer... ...hier nochmal hingeht, dann fährt da eine Leiter aus. Und hier hört man es schon irgendwie... Mein Gott. Wie weit geht es denn hier hoch? So. Ähm... Jetzt bin ich aber nicht... ...da, wo ich gedacht habe, dass ich bin. Ähm... Jetzt bin ich etwas verwirrt, muss ich sagen. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Wenn ich jetzt hier runterspringe... Ich glaube, da war ich schon mal. Oder muss ich hier runterspringen? Bäh. Hm. Oder ist das so eine scheinbare Wand da hinten? Nee, da kommt man ja gar nicht vorbei hier so. Ah. Da fällt man dann runter? Nee, das kann es ja gar nicht sein. Also muss ich wohl doch da runter, oder? Na, egal. Notfalls kann ich ja nochmal... Oh. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Oh je, oh je, oh je. Nein, 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 nein. Ach, du meine Güte. Ach, du Kacke. Jetzt habe ich die Stülpen auch noch... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was beschwört ihr denn hier für lauter Zeug? Du hörst jetzt hier mal auf mit Beschwören. Gottes Willen. Ach, wir sind jetzt hier oben. Ah, ha, ha. Und was gab es jetzt hier so Tolles zu looten? Weiß ich jetzt gar nicht. Titanitbrocken. Ähm, ähm, ähm. Jetzt bin ich hier. Ach, hier kann ich runter. Bööö. Habe ich sonst nichts übersehen, oder? Okay, dann kann ich hier runter. Ich hätte mich am Leuchtfeuer hinsetzen sollen. Ah. Hier kann ich nur runterspringen, da wo ich schon mal war. Und hier? Ah, da ist noch was. Da ist noch was. Ah, da sehe ich meinen Schatten da unten. Hä? Lustig. Ups. Hol ich mir das hier mal? Keine Ahnung, was das ist. Ach, ne, komm. Ah, wenn ich in dieser Animation drin bin. Drachenkopfschild gibt's da. Ah, da unten war ich aber schon. Dann laufe ich nochmal hier schnell rüber. Da gibt's auch noch ein bisschen was. Genau, das hat man von unten gesehen. Da hatte ich mich schon gewundert, wie man da hinkommt. Eine Seele. Ups. Aber ansonsten... ...sehe ich jetzt hier... ...im Moment nichts. Hm. Okay. Gut. Bevor ich mich da wieder durchschlage, dann mache ich das hier wieder so. Und gehe zum Leuchtfeuer zurück. Jetzt fehlt mir ja eigentlich nur noch, in Anführungszeichen, die... ...Drachentöterrüstung da draußen. Hm, hm, hm. Dann versuchen wir das nochmal. Ich glaube, dieser... ...Schwörer hier, genau, der ist schon... ...ist wieder da. Ach, ich würde da oben rausgehen... ...na, obwohl da ist auch blöd, wenn ich da oben rausgehe. Äh. Ja. Schauen wir mal, ob's jetzt besser geht. Schauen wir mal, ob wir den besiegen können. Normalerweise brauche ich hier immer mehrere Anläufe für den. Aber ich könnte da ja so ein bisschen hier um die Bäume... ...und die Felsen... ...ah, da liegt auch noch ein Item, aber ich glaube, das hole ich mir dann nach, ja. Erstmal ein bisschen unsichtbar machen. Muss ja hier nicht gleich... ...auf mich aufmerksam machen. ...ahhh. Na, daneben. Oh Gott. Oh. Boah, da habe ich mehr Glück als Verstand hier. Oh. Boah. Ah, wirklich mehr Glück als Verstand. Die Drachentöterrüstung kriegen wir da. So, und jetzt sammeln wir hier nochmal. Die restlichen Sachen ein. Titanit schuppen. Titanit schuppen. Und hier liegt noch ein Item. Aber jetzt haben wir es dann, glaube ich. Ja, ich habe dich schon gehört. Ich habe dich schon gehört. Gut, ihr Lieben. Dann haben wir jetzt auch hier den ganzen See abgesucht und hoffentlich alles gefunden. Hm. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich hier was übersehen habe. Wenn ja, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wir werden in der nächsten Folge hier weitermachen. Was steht hier noch schön, das Nachricht voraus? Es wird versucht. Wunder. Ach, hier gab es doch noch irgendwo ein... So ein... Geheimgang. Meine ich... Ah, wahrscheinlich nicht hier, sondern erst ein Stückchen weiter. Gut, den werden wir dann auch nochmal finden. Ja, dann mache ich in der nächsten Folge weiter. Und wir werden das Gebiet hier weiter erkunden, hier raus. Und dann schon die erste Begegnung mit dem Drachen haben. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.